Dein Terpentin hat mich dazu veranlasst, dieses wunderbare Epos zu beginnen. Ich nenne es die Quadratur des Kreislaufs des Lebens. Hör es dir an. Es ist nur ein Epilog. Der Hest des übrigen Textes noch folgt. Es fühlt sich dann auch richtig an wie ein ziemlich altes Serpentin. Und die EKG, die Sinuskurven, sind zwar schön, doch du siehst sie dort nicht. Und dafür aber riesenlange... Serpentin, Serpentin, Serpentin... ... 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